Zwei und alles ist für mich ein und alles. Es gibt nichts Besseres für mich. Jetzt in der Pension bin ich wieder zurück in die Heimat, weil das für mich extrem viel bedeutet. Die absolute Ruhe mit dem Plätschern eines Bächs mit hohen Bergen ist ein Traum für mich. Für mich ist es die Freiheit, zu sehen, die Natur, zu spüren und zu spüren. Das ist toll. Es ist so gut und schön und dort meiner Seele sehr gut. Die Berglandschaft und die Luft sind einfach erschöhnlich. Die Milch, die wir büchen, ist einfach wirklich aus der Region. Ein Rocklet, das man mit einem feinen Glas Fondant geniessen kann. Freiheit, Natur und auch sehr freundliche Menschen. Wo man auch geht, man findet immer irgendwo ein Teil vom Wald, und alles, was noch pur ist, was schön ist, wo man sich erholen kann. Meine grosse Leidenschaft ist Sport, aktiver Sport. Mein Ziel war immer Skifahren. Das ist meine Heimat. Der beste Platz in der Welt.